So Leute, was geht ab und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ninja Leon und heute spielen wir wieder ProDustars! So, das war nicht gut und ja, wir werden heute Rosa auf den reizigenen Skiffen in den Hande, das würde ich mal sagen, let's go! So, wir können immer weiter, 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 weiter! Ja, das ist gut. Ja! Mhm. Was ist hier wieder los? Was sollt die Spiel jetzt hier eben nur die Spiel jetzt hier weiter? Ach guck mal, die Schmarrer sind hier. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ja, 20, 21, 21. Oh mein Gott, wir müssen die. Und ja, jetzt machen wir noch ein bisschen leiser, das ist mit dem Spiel, ich glaube. Und so ist es doch besser und ja. Ja, jetzt würde ich mal sagen, die Spenden noch weiter lassen. Ja, jetzt geht's gut. 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 Ja. 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 Wir machen jetzt so viele Spiele! Ich zieh das durch, wirklich! Ich hübs noch mal in Schlaf! Wir machen jetzt so viele Spiele und ziehen dann die Ecke. Ne, der macht, der benimmt jetzt die Attack und dann... Was sagt das? Alter, das war... Nein, das war... Nein, das war... Nein, das war... Nein! Jetzt machen wir uns einfach... Machen! Let's go! Hier steht eine Wörterung... Jackpot! Ist jetzt ein Jackpot heute? Alter... Lange steht jetzt laufend! A lustiger κ aqui... Hatte gemacht sie's weg! Der fallen. Verdamm, er... Aber ich... Shoutout, shoutout Und dann verlassen wir mal das Geld, wieso, wir haben fast geschafft, ich bin zwei Powerpunkte, yeah, was geht, was geht, was geht. It's Spam, hol up, Crypto, you got some problems. Of course, we haven't get lost in a fucking boat. FAWN, LET ME TURN LOOK AT THAT ONTO EIN CRACK! omaatt, das war die von demracat, joll, das war die Clowns von demracat, no, dort warят Simon, das war alles. Wir werden um zwar 1.000 Euro grenzen. Wir gucken gleich mal aufs Battleplan. Tatsächlich. So hardcore. Das macht aber auch Schaden. Das macht wirklich Schaden. Oh, die macht wirklich Schaden. Oder die machen so. Komm, komm, komm. Ah, wenigstens. Komm, wir gucken jetzt mal. Zwei großen Eis. So, auf den Battleplan. Kampflock. Xolo. Guckt mal hier hin. Nee, das ist er nicht. Wo ist er denn? Nein. 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 Die waren da nicht. Also gut. Nein. Die könnten mal Trouble Pro kaufen. Ich suche jetzt einmal einen Spare Power raus. Und frage mal, ich freu mich. Und ich frage mal, ich frage mal. WTF? Ich hab nur eins mit der höchsten Power, ähm, Star Power an. Und mit der höchsten Power Anzahl. Und das ist. Wie der. Gefühle. WTF? Ich hab nur eins mit der höchsten Power, ähm, Star Power an. Ich muss nicht tot lachen. Ich, YouTuber. Und, let's go. Wie viele hatten wir wieder, Patrick? Und, ja, da machen wir jetzt noch paar Levels, Levels. Let's go. Let's go. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir müssen einfach in die Mitte gehen, das ist auch so ein Trick hier. Ich spawn jetzt hier einfach mal kurz hin. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Jetzt fangen wir mal rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? Was ist das? Wieviel? Ich mach jetzt Kondole um so ne Duo. Wie kommt mal Jessie hoch? Wie kommt mal Jessie hoch? Wie kommt mal Jessie hoch? Wie pushen wir jetzt Park-Prawler hoch? Wieviel was, wie pushen wir jetzt auf 10 hoch? Die 10 ist eine gute Zahl. Also alle auf 10 pushen einfach. Aber das wird schon eingefallen als gesiegt werden. Ach, Mann! Wie kann ich doch als Miserin nicht mehr haben? Meine Prawler haben wenig Aufsicht über alle. Und hier ist wohl mittelmäßig. Jetzt zocken wir noch ein bisschen. We can do this! Jessie! So ist der richtige Name, ja. We can do this! Mann, was soll das? Was? Es wurden noch schon zwei... Aber das geht gar nicht schon. Das geht überhaupt nicht. Time to get instructive! Es sind 11 ProLime Games. Was? Mann, das ist so... Mann, was soll ich machen? Einfach mehr! Mann, ich habe gar nicht. Mann, dass ich keinen Controller. Äh, welcher aus dem Miser-Zero. Let's go! der macht schaden und bald werde ich ein chest ganz mini ich hab mich hier gerade über die über das wasser gerüge wie doch gut geht es gemacht Ich hab's gemacht, oh man! Träger ich dieser Pro da? Oh oh je, wie ist dieser Pro da? Nein, dieser Pro da? Ich hab's gemacht. Also, das ist wirklich mein schlechtester Pro da den ich hab. Also, ja. Keine Ahnung, das ist wirklich mein sehr schlechtester Pro. Ich weiß auch nicht was ich machen sollte. Dann spiel mir jetzt nochmal Testspiele machen. Äh, Epic Fails. Äh, nee. Was? Mit Dario irgendwas, ja. Hier ist ne gute Stellung und dieses, ja. We talk, we talk. Ne, wir versuchen's mal hier, warte. Das war jetzt nicht so. Hier, hier muss man's machen. Warte hier. Hier kommt jemand hin. Hä? Sie ist in der Zone gestorben. Kann ich nicht. Hier kommt jemand hin. Hä? Sie ist in der Zone gestorben. Kann ich nicht. Wie geht's? Sie ist in der Zone gestorben. Wie ist das? Wie ist das? Das sind die Zwei-Sie. Und jetzt die Zwei-Sie. Und jetzt die Zwei-Sie. Die Zwei-Sie. Und jetzt die Zwei-Sie. Und jetzt die Zwei-Sie. Einfach so, wenn der Barley richtig LOL ist, ähm, was sag ich da? Wenn der Barley LOL ist, dann schnell den Soundkey verspicken, also ja. Das ist ja nicht so schön, meinst du? Der checkt, ähm, der Bot checkt das eigentlich nicht, dass ich hier drinnen bin. Die laufen immer hier so rum. Das Retalk. Wollen wir den schon mal low machen? Ja, wir machen den schon mal ein bisschen low. Ich bin so schottet ihn. Oh, komm, komm, oh. Und ja, ja, dann würde ich mal sagen, das war's mit diesem Video. Und ja, Like und Abo nicht vergessen. Und ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ich morgen machen soll, weil ich hole eine Google-Karte, also eine Google-Play-Karte. Und ja, öffne ich hier mal ein paar Mega-Boxen. Oder warte mal. Warte mal, ich gehe mal in den Shop. Felicia, ist das noch? Oh, nein. Dieses Angeholt kann nur einmal gekauft werden. Nee, dann würde ich mir das nämlich schon. Okay, dann würde ich mal sagen, das war's, nein. Äh, der Speicherplatz ist fast voll. Und ja, das war's dann mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.